Bei Cludi haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine möglichst einfach verständliche Sortimentstrategie am Markt zu etablieren. Das bedeutet, dass wir in dem designaffinen Geschäftsfeld Smart Luxury uns an den vier Stilrichtungen orientieren, die es bereits im Markt gibt. Das ist auf der einen Seite der Bereich Contemporary, also das zeitgenössische, dann gibt es den Bereich avantgardistisch. Zum dritten befinden wir uns im modern-klassischen Bereich und zu guter Letzt im Purismus. Cludi Nova Fonte ist das einzigartige Konzept für den modern-klassischen Bartstil. Wir bieten drei Stiloptionen an. Classic, Deko und Puristic. Im Bereich Classic sprechen wir den traditionsbewussten Anwender an. Wir haben klassische Kreuzgriffe und eine Stufe im Sockel. Im Bereich Deko sprechen wir den verspielt-dekorativen Bartstil an. Im Bereich Puristik wiederum das reduzierte Bartambiente. Ein großer Vorteil von Cludi Nova Fonte ist der schwenkbare Auslauf. Darüber hinaus bieten wir einen Laminalstrahl, der vor Schrittwasser schützt. Die Serie bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Wir haben unter anderem Wandausläufe und auch Einlochvarianten im Programm. Cludi Nova Fonte bietet ein einzigartiges Konzept für den designaffinen Kunden im Bereich des modernen klassischen Bartstils. Wir bieten drei Stiloptionen, die perfekt die Innenarchitektur zu widerspiegeln und unterstreichen.